Verehrte Einzelhändler in Bayern, wir Freiwähler wissen um eure Nöte und Ängste und Befürchtungen, die wegen Corona und auch den harten Lockdown hier auf euch zugekommen sind. Speziell die Fixkosten, aber wie auch momentan die großen Lagerbestände, machen euch große Sorgen. Deshalb hat das Kabinett auf Initiative von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Abholmöglichkeiten wie Klick und Kollekt auch durchgesetzt. Wir wollen uns auch weiter beim Bund dafür einsetzen, dass wir Einfluss nehmen dahingehend, dass steuerliche Anrechenbarkeiten von Lagerbeständen bzw. Entschädigungen auch für Lagerbestände in die Wirtschaftshilfe 3 mit aufgenommen werden. Ich verspreche euch, wir Freiwähler tun auch weiterhin alles, damit die bayerische Wirtschaft durch diese harte Krise kommt. Und auch werden wir alles tun, um immer wieder da beim Bund vorzusprechen.